Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, deinem Online-Shop für professionelles Licht. In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Außenleuchte deiner Kellertreppe durch eine neue, moderne LED-Leuchte ersetzt. Für die Umrüstung haben wir uns für die Brunberg LED-Wandanbauleuchte entschieden. Diese Leuchte überzeugt nicht nur durch ihr modernes und harmonisches Design, sie ist mit 9 Watt auch sehr sparsam, mit IP54 gut geschützt und liefert ein angenehmes, warmweißes Licht mit 3000 Kelvin. Eine pfiffige Besonderheit, die Leuchte hat eine wechselbare Frontplatte, die das Licht je nach Wunsch rein indirekt oder direkt indirekt verteilt. Die jeweilige Frontplatte wird ganz einfach magnetisch befestigt. Weitere Infos zu dieser Leuchte findest du unten in der Videobeschreibung oder hier. Was du für die Montage brauchst? Einen Schraubendreher, eine Bohrmaschine mit passendem Bohrer, das mitgelieferte Installationsmaterial und natürlich die Wandanbauleuchte selbst. Vor der Montage ist die entsprechende Sicherung herauszunehmen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Und los geht's! Als erstes wird die alte Leuchte demontiert. Dafür nimmt man das Leuchtmittel heraus und löst die Verdrahtung. Dann kann man die alte Leuchte abschrauben und entfernen. Nun entfernt man bei der neuen LED-Wandanbauleuchte von Brunberg die magnetische Frontplatte und öffnet die Leuchte mit dem Schraubendreher. Dann sticht man mit dem Schraubendreher die Kabeldurchführung am Leuchtenkörper durch. Jetzt kann man die Anschlussleitungen durch die Kabelöffnung hindurch führen und den Leuchtensockel an der Wand positionieren, um dann die Bohrlöcher markieren zu können. Und dann kann er schon gebohrt und im Anschluss die Dübel in die Bohrlöcher gesteckt werden. Nun werden die Unterlegscheiben und Dichtungen auf die Befestigungsschrauben der neuen Leuchte gesteckt und der Leuchtensockel an die Wand geschraubt. Und nun wird verdrahtet. Zunächst werden die mitgelieferten Schutzschläuche über die Phase und den Nullleiter gezogen. Dann wird wie üblich angeschlossen. Der Nullleiter mit Blau, der Schutzleiter mit Grün-Gelb und die Phase mit schwarz, braun oder in diesem Fall rot. Jetzt kann man die Leuchtenwanne wieder aufschrauben und die gewünschte magnetische Abdeckplatte anbringen. Fertig! Die Abdeckplatte kann wie gewünscht jederzeit ganz einfach gewechselt werden. Solltest du noch weitere Fragen zur LED-Wandanbauleuchte von Brumberg oder ganz allgemeine Fragen rund um das Thema professionelles Licht haben, kannst du dich natürlich jederzeit gerne per Telefon, Chat oder Videocall an uns wenden. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren, denn wir von Watt24 lassen dich nicht im Dunkeln stehen.